Was? Ist der zeitig drinne oder was? Das ist ein schlechtes Zeichen. Hör ich euch hier in Puttifix-Foto? Nur alleine. Robert Martinez. Oh, wir haben mit seiner Frau vorhin gesprochen. Ja, die haben wir sofort gefunden. Jessica Martinez. Die hat sich auch jeden gezeigt, ey. So eine Bitch. Okay. Foto. Geisterbox habe ich. Okay, lo geht. Schon ein riesiges Haus, so. Ja. Gib uns ein Zeichen. Kannst du sprechen? Was bist du? Willst du, dass wir gehen? Wo bist du? Wie heißt du? Wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt sind wir? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Oh. Also könnte es hier im Flur sein, oder was? Oder da drinnen Wo bist du? Nichts erkannt Ja, entweder hier oder hier drinnen Wo bist du? Bist du hier? Ja, hier in dem Raum Hier in dem Raum drin, 9 Grad Ja, Kälte, Kälte, ja Also haben wir schon EMF und Kälte Ja, aber keine Gefriertemperatur Ah, okay Nur, nur kalt, also nur so kalt Geisterbox liegt noch oben Hat nett mit mir geredet Der redet auch nur allein Oh, okay, keine Gefriertemperatur schreibt ins buch bitte also ich habe keine gefriertemperatur nur drei kannst du mich wo bist du kannst du mich hören ich habe keinen erkannt also kein geister buch wenn die kameras jetzt noch orbs werden dann haben wir schon mal das alles wir haben auf also Also wir brauchen jetzt noch das Foto, Kruzifix und Räucherstäbchen. Ja, aber er jagt halt nur, wenn wir alleine sind, insgesamt. Also er würde nicht jagen, wenn wir zusammen sind, wenn ich's richtig verstehe. Also ich nehm schon mal die Räucherstäbchen mit. Ja, ich hab Fotoapparat. Ich hab noch ein Kruzifix mitgenommen. Okay. Sollten wir, wollen wir schon mal einmal... Oder gib mir das Kruzifix und nimm noch mal Räucherstäbchen und Dings mit. Dann haben wir alles dabei und dann machen wir den mal fertig. Das macht nicht viel Sinn, weil ich hab auch ein Fotoapparat. Und ich hab auch Räucherstäbchen. Ja, aber dann schmeiß doch Fotoapparat weg und... Achso, ja, dann egal, zwei Fotoapparate. Dann komm, willst du das Kruzifix haben? Nee, ich hol mir gleich das Feuerzeug. Oder er benutzt es und gibt's dir dann. Ja, das können wir ja auch so machen. Sanity hat niemand gecheckt, ne? Doch, alle 45. Okay, dann lass mich erst mal rein, am besten zum zeigen. Zeig dich! Wo bist du? Oh, mein Herz, Alter. Ich hab aber kein Foto von ihm. Zeig dich! Wo bist du? Zeig dich! Zeig dich! Ich dachte, ganze Zeit, ihr spielt mit der Tür rum. Zeig dich! Wir machen nur hier drüben. Wo bist du? Zeig dich! Zeig dich! Nein, meine Tür ist gerade aus und zu gegangen. Oder war das einer von euch? Ich weiß nicht. Das war ich. Oh, Mann! Zeig dich! Wo bist du? Willst du einen rauchen? Do you want to smoke some cigarettes? Zeig dich! Wie hieß der Vogel? Martinez, irgendwas. Robert Martinez. Robert Martinez. Robert Martinez. Robert Martinez. Andele, Andele. Zeig dich! Leute, ich hab ein Video-Brett gefunden. Oh. Scheiße! Er hat sich gerade gezeigt! Er hat sich gerade gezeigt! Oh, Mann! Leute, ich hab ein Video-Brett gefunden! Verdammt! Verdammt! Zeig dich! Robert Martinez! Robert Martinez! Robert Martinez! Robert Martinez! Soll ich das in irgendeiner Form verwenden? Weiß ich nicht. Robert Martinez! Zeig dich! Ah, gleich mit der Hand! Ich hol mir mal Sanity-Pillen! Ja, aber ich glaub wir haben alle relativ slow! Ja, ich glaub wir haben alle relativ slow! Bist du hier, Robert? Ich glaub du musst das erst anklicken zum aktivieren! Willst du uns füllen? Oh, gut! Wir brauchen alle Sanity-Pillen! Wir sind alle bei 0%! Hallo Robert! Und sie bubbelt halt weiter mit ihm, ne? Und sie bubbelt halt weiter mit ihm, ne? Uns fehlt nur noch das Foto von Geist! Okay, dann nehm ich zwei Sanity-Pillen und versuch das Foto zu holen! Oder will jemand anderes? Ehren! Ne, komm, mach jemand anderes, damit ich das aufnehmen kann! Ich hab die ganzen meisten Items ein! Los, ich bin hier bereit, ihr könnt das gern machen! Also du willst es machen, obwohl du jetzt schon... nicht machen, obwohl du jetzt schon Pillen genommen hast! Ja, der, der es macht, kann zweimal Pillen nehmen! Hier sind nur noch einmal Pillen! Ah, er hat uns gleich feststeckt! So, Alter! Ihr könnt doch gern beide rein! Ich geh da jetzt rein und nimm das Feature-Brett mit hoch! Du kannst die zweiten Tabletten nehmen! Habt ihr Foto-Kamera! Habt ihr Foto-Kamera! Ich hab einen natürlichen Verkaufel! Abonnieren! Ich hab einen, da ich da, ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ja, ich hab ihn! Ich hab ihn mit! Ich hab ihn mit! Ich hab ihn mit! Das Zeitraum habe ich noch nie gesehen. 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 Sie hat einen anderen Beweis. Er steht da mit der Axt. Ich glaube sie ist tot oder? 0% du solltest auf jeden Fall gehen. Das Zeitraum habe ich noch nie gesehen. Habt ihr Shade ausgesinnt? Ja. Okay dann tschüss. Wie krass das aussah wie er da die ganze Zeit stand bei dir ey. Ja. Ein schade war es. Okay. 180 Dollar. Ja. Ja.